Im Herbst fing es an. Ich war auf dem Heimweg und fuhr die Rolltreppe hoch und dort, dort stand er. Und dann sah ich ihn jeden Tag. Auf dem Weg zum Abendkurs, auf dem Weg zum Einkaufen. Der sitzt da blöd rum und ist faul und ich soll dem Geld geben? Warum? Wir wissen genau, wie hoch unsere Einkünfte sind und was am Ende davon übrig bleibt. Wir wissen exakt, ab welchem Tag wir uns kein Obst mehr kaufen können, dessen Kilopreis eine gewisse Grenze überschritten hat. Ich wollte mich erkundigen, wie man sich registrieren lassen kann. Sich registrieren lassen? Ja, ich brauche einen Job. Wir müssen in diesem blöden Kiosk arbeiten, um die Miete zusammenzukriegen und unser Freund ist ökonomisch inkompetent? Das ist ungerecht. Heute geht's durch die Miete zusammen. Und ... Vielen Dank.